Man hat sich überlegt, für diesen Standort eine besondere Nutzung zu generieren. Und dann ist man nach längeren Überlegungen darauf gekommen, ein Trauerzentrum zu errichten. Und bei den Überlegungen zum Trauerzentrum hin, dann machen wir auch ein Kolumbarium. Und diese Kombination zwischen Trauerzentrum und Kolumbarium an einem Ort ist meines Wissens einzigartig. Das findet man sonst nicht. Das ist eben das sehr Schöne, dass es ein Kirchenraum ist, in dem mindestens zweimal in der Woche eine heilige Messe gefeiert wird. Ach nee, sogar dreimal. Sonntags ist ja abends auch noch. Und dann wird also auch einmal im Monat ein besonderer Trauergottesdienst gefeiert. Gleich in der Anfangsphase hat Herr Klinghabers mir das ganze Kolumbarium gezeigt, erklärt, den Hintergrund, dass das im Rahmen der Kirchen eigentlich eine Besonderheit ist, weil es sowohl als Kirche genutzt wird, als auch als Trauerzentrum. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass das eine sehr, sehr angenehme Möglichkeit der seelischen Betreuung ist, die ich gerade in der Anfangsphase stark brauchte. Ich mag diesen Ort sehr gerne. Ich habe hier meinen Mann kennengelernt, lieben gelernt. Wir haben hier geheiratet. St. Thomas Moritz ist für mich richtig ein ganz großes Gefühl der Heimat. Und ich freue mich, dass jetzt dieser Ort auch Trauerzentrum und Kolumbarium geworden ist, dass der weiter Bestand hat hier im Stadtteil Stellingen. Und ich empfinde hier nur Positives, denn ich habe einfach auch eine positive Einstellung zum Tod und zur Auferstehung und finde das jetzt ein sichtbares Zeichen. Vor allen Dingen, man hat immer seine Lieben dabei und wenn man möchte, kann man sich da sogar daneben setzen und anklopfen oder sich auf jeden Fall mit ihnen gut verbunden fühlen. Sie sehen hier, wenn Sie rumgehen, wir haben ab und zu Bilderausstellungen. Und bei der ersten Ausstellung kam die Künstlerin auch zu mir, als sie den Ort gesehen hat und hat gesagt, Oh, aber ich habe so kräftige, bunte Farben. Ich sage, ja, wo ist das Problem? Ja, hier bei dem Ort. Ich sage, bitte nicht immer Trauergrau, sondern Trauer, die brauchen auch Farben und froh, ja, frohmachende Motive. Und ja, aber das ist leider immer so, dass Menschen denken, Trauer, gedämpfte Stimmung, Ruhe. Und nein, die Trauernden sind froh, wenn sie ganz normal behandelt werden und wenn sie auch Freude am Leben sozusagen genießen dürfen und das auch angeboten bekommen. Eine seelische Belastung über die Tage, wo man eigentlich in der Form keine Betreuung hat und die Gedanken leider in die Richtung gehen, wo man die Trauer intensiver auslebt, war die Möglichkeit gegeben, hier wieder ein Ort der Ruhe, der Stille und des absolut schönen und angenehmen Gesprächs mit den Klingermels zu werden. Ich versuche bei Trauernden auch mit unseren Angeboten, die wir machen, vielfältig zu sein. Also wie so ein bunter Blumenstrauß. Wir hatten hier Angebote über verschiedene Düfte, die die Sinne erwecken. Wir haben zurzeit gerade wieder meiner Trauer Farbe gegeben, einen Kunsttherapeuten, der sagt, vielleicht ist das ein Weg für sie, mit ihrer Trauer umzugehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man ganz viele unterschiedliche Angebote macht, weil jede Trauer ist individuell und jeder Trauernder ist natürlich auch individuell. Ich finde das gut, dass es diesen Ort gibt, dass ich hingehen kann, wenn ich traurig bin. Ich kann ja auch einfach nur traurig sein, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, die mir nicht gefällt. Es muss nicht immer gleich ein Tod oder ein toter Mensch sein. Und ich finde das sehr gut gelungen, dieses Trauerzentrum, weil es hell und freundlich ist. Und auf mich wirkt es sehr einladend. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier und fühle mich wohl, weil die Gespräche über unterschiedliche Facetten laufen, die mir eigentlich immer das Gefühl gegeben haben, dass ich danach mit einem positiven Eindruck wieder nach Hause gehen konnte, was unter anderem auch wirklich an der unheimlich positiven Ausstrahlung von einem Glickhabes liegt. Wenn ich jemanden in der Trauerbegleitung habe, das Erste, was ich ihm mitsage, ist, der Spezialist für ihre Trauer sitzt mir gegenüber. Weil er empfindet und er weiß, wie die Vorschläge, die ich ihm eventuell mache, wo man nochmal besonders drauf Wert legen könnte, bei ihm ankommen und wirken. Und er alleine muss entscheiden, was für ihn gut ist. Kann ich bejahen. Es ist wirklich auch vertraut geworden. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich nicht so richtig wusste, was auf mich zukommt. Aber im Laufe der Zeit lernt man sich persönlich viel intensiver kennen. Und Herr Klinghabels kennt eigentlich eine gute Historie von mir und kennt mich auch als Menschen. Und ich habe ihn eben auch als Menschen kennengelernt. Und das Ganze verbindet mich eigentlich auch mit diesem Ort. Und ich nutze nicht mehr die kurzfristigen Intervalle, aber ich weiß, dass ich hier jederzeit herkommen kann. Mein Vater ist hier beerdigt. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, als meine Eltern vor einigen Jahren mir erzählten, ja, wir haben gehört, in Thomas-Morris soll ein Kolumbarium entstehen. Wir wollen uns da beerdigen lassen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja wirklich gut, im Leben schon über den Tod zu sprechen. Und das Schöne war ja auch, als wir überhaupt hörten, man kann also in der Kirche bestattet werden, da haben mein Mann und ich, das war ja uhrlang, das war vor, dass es überhaupt in Frage kam, da haben wir beide gesagt, da möchten wir auch hin, weil wir eben auch eifrige Kirchgänger mein Mann war und ich auch immer noch bin. Und das ist das richtig, das Passende, ja. Und draußen im Paradiesgarten, da mein Mann war so ein kleiner Frostküttel, da hat er gleich gesagt, nein, ich will in der Kirche sein. Und möglichst dicht an der Orgel, weil er immer sehr gerne gesungen hat. Und ja, irgendwie passt das sehr gut. Die Art und Weise, wie man mit Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, umgeht, hat mich derart angesprochen und hat mich auch in die Situation versetzt, dass ich mich wirklich frei äußern kann und vielleicht auch einfach mal durchatmen kann in all der Trauer, die man gerade in der Anfangsphase sehr, sehr stark verspürt. Ja, also ich nehme das auch wahr, dass über Trauer und Tod wenig gesprochen wird oder auch eine große Unsicherheit ist. Und ich habe gelernt im Laufe der Zeit im Fahrbüro als Sekretärin, habe ich oft den ersten Anruf, wenn ein Eingehöriger anruft, dass eben ein lieber Mensch verstorben ist. Und habe ein bisschen gelernt, darüber zu sprechen oder damit umzugehen und habe das für mich auch als große Bereicherung gesehen und auch überlegt, ja, warum spricht man eigentlich da nicht drüber? Es ist doch irgendwie schade. Und wir glauben an die Auferstehung und die Freude. Man darf aber auch nicht vergessen, ich bekomme auch ganz viel. Und das hört sich immer so an und was bekommt man denn von denen? Sie müssen sich vorstellen, auch wenn ich zum Beispiel in einen Trauerhaushalt gehe, um die Trauerfeier vorzubereiten und die Bestattung. Ich treffe da auf Menschen, die sind so offen mir gegenüber, das findet man sonst nicht so oft. Und dieses Vertrauen, was sie mir entgegenbringen, das ist ein sehr großes Geschenk. Und wenn nach der Trauerfeier die Menschen dann auch noch zu mir kommen und sagen, es hat ihnen was gegeben, dann ist es, mehr kann ich gar nicht wollen. Also das kann man gar nicht mehr ausdrücken, wie schön dieses Gefühl ist. Gleich von vornherein war es für mich kein besonders trauriger Ort. Sicher natürlich in dem Moment, wo die Bestattung stattfand. Aber auch da war ich ja von Angehörigen und Freunden gut unterstützt. Es ist ja auch ein freundlicher Ort und ich kenne die Kirche ja auch gut. Ab und zu singen wir hier auch mit dem Kirchenchor. Und es ist, ja es ist nicht gerade heimelig, aber so ungefähr doch fast. Ich finde das ganz toll, den Auferstehungsgedanken wirklich dann am Sonntag im Gottesdienst richtig zu erleben. Und hinzu kommt für uns eben noch, dass wir einfach als Familie so diesen intensiven Kontakt zur Kirche Thomas Morus haben. Und hier fünf Minuten um die Ecke wohnen. Es passt alles für uns. Meine Vision vom Trauerzentrum ist, dass sich hier Menschen begegnen, die in Trauer sind und die nicht in Trauer sind. Weil die haben oftmals sehr viel Angst miteinander zusammenzukommen. Und das wäre für mich ein Anliegen. Das ist das Gefühl, was auch eben sehr sich über die Trauer erhebt. Und dass man auch hinterher wieder froh nach Hause geht und sagt, ja, war schön so hier. Und das ist das Gefühl, was auch immer wieder froh nach Hause geht.